Oh, nicht die Map, oder? Doch! Okay, auf der Weg, ich schau den geilsten Traderraum in ganz TTT. Oh, was? Ich bin auf einem Baum gespawnt, weil ich's kann. Kannst du dringend runter? Okay, sind noch vier Leute drauf. Mein Spiel hängt. Jetzt erst mal wieder auf. Ja, Janis, bei dir deckt's jetzt auch. Was? Ich hab keine Waffe, jetzt hab ich ne Waffe. Mein Spiel hängt. Oh, nein! Ja, was in dem kleinen Ding vor? Glaub mal neu. Hallo! Ach du Scheiße, wer ist die denn? Ach du, Heidi, bitte! Ah, nein, ah, ich krieg Damage, 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 ich bin hier tot. Und guck. Ihr habt so üblich, klein? Ja. Komm, wir raus. Oh! Oh, was ist grad passiert? Ich bin aus der Map gegangen. Na so. Wer lebt? Wer lebt ja nur noch hier auf Freude. Was? Lebst ja nur noch du. Nee. Meins. Warum bist du denn da ins Wasser reingegangen? Warum nicht? Da unten ist der Treterroon. Ich weiß, das sieht man. Ich hab ein Begang unter was. Was? Du weißt ja aber, dass nur noch wir zwei leben. Oh! Weißt du, ich muss dich töten. Das heißt, ich muss dich töten. Es war so genial gemacht! C4 hab ich auch noch unten, aber egal. Hey, wo warst du? Im Träterraum. Boah, du Scheiß. Du bist so ein Camper, ohne Witz. Oh Gott. Wird mich ja nicht woanders verstecken, weil ich auch. Aber die Map ist nicht sehr leidenschafthaltig. Das ist nie so geil. Irgendwie. Die Map ist sehr groß für sie, Leute. Größter Map ever. Ja. Easy. Und, hat die einen Shotgun? Nee. Ups, ich soll... Da hat grad irgendjemand den Traitorraum... Traitorraum? Traitorraum? Nee, da unten ist... Ah, ich bin bei Tiger. Da unten ist irgendjemand drin. Ich hab's da runterlaufen! Ja, Frei ist aus der Map gelaufen. Echt jetzt? Da unten ist jemand drin. Echt? Da gibt aber zwei. Da guck, da ist das offen. Da ist echt der Quest. Ich will da rein. Warte. Janis? Was? Asio Freilich im Tod. Janis, du warst da grad unten. Ich bin drin. Link ist das. Loll, warum seid ihr da drin? Loll, da kann man einfach reingehen. Einer von euch ist Traitor. Null. Hey, wie geht's denn? Hey, wie geht's denn? Null. Warte, ich untersuche ihn jetzt erst mal. Okay, aber der Eno. Einer von... Einer, ich glaub erst. Janik ist Traitor, oder? Hä? WTF? Jetzt geht's los. Okay. Tora. Was, der war auch nicht? Nein, 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 nein. Du darfst nicht wirklich da tiefer rein gehen. Du hast... Hey, ich war hier mit dem Haus. Du hast dich zur Tür geschafft, aber geh die Tür zu, dann denk ich wohl, du bist Traitor. Ich glaub, ich muss kaum ohne Ende. Erst, ob ich da einfach vor allen Leuten rein gehen würde. Ja, ist doch lustig, dann kannst du da zu viel ziehen. Einmal werfen, auf einmal explodieren alle. Oder du kannst dir deine Waffen und Waffen verpöselst, und dir alle kämen und dann rauskommen. ... weil, wenn ein Traitor-Kollege für... ... nix sorgt für... ... eine Frage ist, wie geht... Ich hab ein Auge, ich hab... ... die Auge. Wie geht denn der Traitor-Tread heute? Ich hab die, ich hab die Schaltkant. Ehe, die B's lang. 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 XZ lang. U- lang. Na scheiße, Alter, ich hab wie viel Karma ich hab. Ehe, die B's lang. Ehe, die B's lang. Und du schreibst, du schreibst noch Thomas und dann nennst du erst der Map, also stirbst selbst und schreibst noch meinen Namen. Was ist denn Jojo? Ich bin schon wieder Detective. Ich geh jetzt mal in eine T-Room. Was ist denn eine T-Room? Okay, ganz genau. Ja, in die T-Room. Was ist denn da schon tot? Thomas, warum bist du Trigger-happy? Ja, weil ich nur zwischen zwei Inners gekillt hab. Kann ich? Janis? Nee, das weiß ich nicht. Okay, einer hat mich getroffen. So, guck mal. Oh, ich hab ein Licht angeboten, geil! Okay, wer bugt hinter mir? Keiner. Ähm. Okay. Er war gerade ein Bug weg. Was hat ein Bug weg? Er war gerade ein Bug weg. Hier, warte, guck. Hier, an der hat ich bin nicht hin. Weck geschossen. Hab ich schon, äh, angehitet? Ah, auf mich. Hey. Weck, 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 weck. Er hat auf mich geschossen. Er hat auf mich geschossen. Ah, der schießt auf mich. Juli schießt auf mich. Hm? Ja, Juli schießt auf mich. Wieso greift ihr mich leider an? Ich bin gerade mit Juli. Juli. Und er such ihn. Ich bin gerade ein Killer. Nee, Bramsche Theorie. Bramsche Theorie. Nix für in deinem Killer. Nee, Bramsche Theorie. In deinem Killer. Nee. Hey, Jofreide, weißt du nicht die OP-Waffe? Jofreide, bist du? Jeno? Ich war vor einem Team. Jeno? Ey, das ist so unlogisch. Hä, was? Warte, 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 warte. Achso, der ist... Achso, okay, der ist Detective, der ist Detective. Jojo, wenn du wirklich inno bist, komm mal mit. Wo bist du? Wo bist du? Oder da? Achso, nicht in das Haus, denn da hat dieser Janima gerade irgendwas gesetzt. Dann gehen wir hier hin. Schütz mich. Wie ist er? Schütz mich einfach. Da kommt direkt einer hinterher. Warte mal, ich geh mal kurz auf die Seite. Hey, Juli, was ist die Bramsche Theorie? Hä? Was ist die Bramsche Theorie? Hä, weißt du die immer noch nicht? Nein. Alter, bist du dumm? Die mache ich die ganze Zeit, wenn ich in die Luft schieße, wenn dann einer sagt, Hey, wer schießt da? Dann ist der Traitor. Mann, ich hab jetzt wirklich einer angeschockt. Was? Ich hab wirklich einer angeschockt. Was? Und Juli, ich sag's immer, wer schießt da. Ja, halt zu. Wenn ich inno bin. Dann bist du selber schütt. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich nur weggehen, aber dann... Nichts. Und Nisten. Kacke. Das war jetzt scheiße. Ey, jetzt sag ich auch mal, außer Detective. Das ist die Bramsche Theorie und die stimmt zu 90%. Das ist immer. So, da brennt was. Außer wenn Juli aus 1 ist. Hallo, Andy, hinter dir. Hallo? 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 Ich bin Detective. Ja. Ja. Nee, du hast auf mich auch geschossen. Tötet ihn. Tötet ihn. Ja. Nein. Nein! Du hast dich an hinten. Nein! Scheiße. Junge! Entschuldigung. Jojo. Nein. Ich wurde von dort oben runter geschossen. Wir haben mich getötet. Ja, der hier Freude. Warte? Warte. 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 Weil Juli ist Schatz Trater. Ich mag keinen Trater. Was von Wille? Schatz Trater. Aber ich wollte eigentlich noch sagen, weil Juli ist Trater, weil ich geschossen wurde. Also, die Ender-Lasagne nochmal reinklaufen. Weil Träger. Juli, du weißt, dass wir Drachen geben. Das heißt... Ey, du kannst nichts gegen die Bramsche Theorie sagen. Doch. Nee. Wenn ich nichts davon halte, das schaffst du. Bramsche Theorie ist die beste Theorie. Guck. Ihr seid halt alle Pizzen zu spüren. Na bitte, danke. Kann ich davon, wenn ihr solche Fanboys seid? Sind sie auf mich geschossen? Okay, okay. Okay, du würdest schnell schauen. Wer hatte die meisten Auftritte auf der Gamescom? Keine Ahnung. Ich bin Dete. Endlich. Ich bin zwei. Wer ist hier? Hallo? Guck. Guck. Ich hab' einen Sniper! Ich erschieß jetzt jemanden. Jemand, der einen Sniper hat. Ja, danke. Macht ich auch nicht. Schnellwetter werden wir mir den Sniper kaufen. Was ich jetzt versuch? Oh mein Gott, ich hab mir auf F esse zu schlagen! Oh mein Gott, oh mein Gott. Lass mich zerschießen, Juli. Nein, will ich nicht. Loll, was hat der Detektiv? Warte, ich lege sie! Was ist das? Läuft mir nicht nach, oder ich erschieße euch! Bin ich über so? Wer schießt da? Jannis? Ja. Da hinten kämmt jemand? Okay, nein doch nicht. Wer hat mich nicht unterschossen? Eine Frage habt ihr auch schon? Okay, Juli, ich wieder, Juli, ich wieder raus aus der Paprika. 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 Was ist das? WTF, du hast ein Handy von mir gekriegt? Nee. Na sicher! Wie hast du mich gesehen? Ich hab dich gesehen, wie du in den Traitoraum runtergegangen bist. Hey, hinter mir war aber keiner. Ja, guck mal, ich war ein bisschen besser dran. Jannis! Jannis, ich hab den glatten Handy verpasst. Juli, wie bist du gestorben? Jannis! Jannis, ich geb dir nur ein Handy und der stirbt nicht. Jannis, du? Ja, ich bin halt, ich bin halt Superman, ich bin jetzt. Ach so, ja, okay, ich hab 878 Karma, ja, okay, dann. Ich hab' ich. Ich hab' einfach... Mein Karma. Jannis, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine... Fuck! Ich hab' keine Waffe! Oh ne Waffe! Nein, das muss ne Person, der Armin! Ja, der... Ich hab' mal ne Waffe. Andere haben zwei Waffen, ich kann ja gar keine, ich hab' voll die Egos. Ich hab' zwei Waffen! Gib dem Typen auch ne Waffe, ne Piste! Ich hab' ne Waffe, ne Piste! Ich hab' ne Waffe, ne Waffe! Ich hab' ne Waffe, ne Waffe, schaue ich auch hinter dir! Hallo! 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 Wenn ich sterbe, was ne Person? Wenn ich sterbe, war es irgendein Typ mit einer Knarre. Da hat gerade jemand zuerst der Dings aktiviert, was man gehört. Hä? Hä, wie kann man... Hä, zuerst mal doch. Das wird dann die ganze Zeit aktiviert. Dann kommt die ganze Zeit... Wer hat dich... Wer? Nein, ich war die ganze Zeit zu. Warte, 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 warte. Ich frage mal den Skype umher, sonst... Ich... Okay, Juli schießt die Luft. Oh mein Gott, Juli, wieso schießt du auf mich? Oh mein Gott, Juli. Oh Mann, im T-Room ist es ja so gemütlich. Ja, okay, ich auch. Okay, da hat gerade jemand wieder geöffnet. Der ist offen, der ist offen. Yo, Freyle war im T-Room. Was? Leute, yo, Freyle war doch im T-Room. Nee, das denke ich nicht. Ab! Yes! Sonne so. Sonne so. Oh, tschüss! Oh, du bist so ein scheiß random, Kinder. Häh, was? Wenn du mit ner AK plötzlich vor mich stehst? Ich hab keinen Fall. Ich wusste, dass meine AK bis jetzt gemacht, bis ich gestorben wurde. Ja, ich seh das aber, dass du eine hast. Ja? Ja? Hä, bei mir sind die... Kassentöter, warte. Bei mir hat die AK genau gleiche Textur wie die normale M4. Nein? Hm. Ohne Verarsche. Nein. Bei mir hat die echt die gleiche Textur. Nein, die erkennt man sofort. Nein, bei mir hat die echt die gleiche Textur. Oh Gott, der Pummschrittkirchen. Nein, nein, die Pistole ist die Gumpste, die so spätig ist. Und dann sagst du random killer. Hä? Na, bei mir hat die echt die gleiche Textur. Nein, 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 die sieht echt anders aus. Ich hab ne Tegel und ne Shotgun, besser geht's nicht. Nein, ja, im Shotgun nicht, aber dann auch noch was ich bei mir mit Pech. Das war auch jetzt. Oder was? Ich bin Detektion. Kann jemand den T-Room öffnen, bitte? Kann man bitte jemand den anderen T-Room öffnen? Ja, toll. Kann jemand den T-Room öffnen? Ja, toll. Ich hab grad runtergefallen. Noll? Was? Wart mal. Noll, das ist ne Tolle. Was ist da? Nix. Hä? Das ist einfach so schweig. Nein, was war das gerade? What the fuck? Hey, hier ist ein Loch und da ist nix. Wie kann man... Kann jemand den T-Room öffnen? Ist doch schon das. Okay. Kann auch mal jemand den anderen T-Room öffnen? Wir war klar, wir haben einen T-Room öffnen. Wer? Ich hab mir irgendwann den T-Room öffnen. Der ist kurz stehen geblieben. Ich wüsst... Ja, ich... Weil ich was in Skype beschrieben hab. Hier ist gleich aufstehen. Nomata beschrieben. Was kann ich dafür? Aaaaaah! Nicht antworten. Ich will, kann ich mich nicht groß fliegen. Achso. Da ist gerade jemand drunter. Hä? Ist so wahr. Ich mach Licht aus. Jalla! Jalla! So? Jetzt ne Jihad. Jetzt ne Jihad. Jetzt ne Jihad. Los! Ihr seid alle gefangen! Los ne Jihad! Okay, das macht er ja noch. Aufsteht mir alle an. Das heißt kein... Unkühler Traitor. Neu. Neu. Juri hat gerade... Ja, er hat... Er hat blockiert. Achso, Jufreile. Bombe. Aber Han-Kran... Ne. Ich schaffe damit, Han-Kranaten. Ja, was ist das eigentlich für ne Scheiße? Bin ich? Ähm, ich bin mal für ne Weile auf K. Wer? Jufreile. Jufreile. Okay. Ja, wer macht denn die Tür auf? Ich komm doch sowieso nicht da raus. Lisa stand grad auf. Lisa? Ich bin auch im Spectator-Mode. Nicht, dass ihr mich sucht. Ja. Dann... Ja. Bis später. Tschüss. Also Traitor soll bitte das zweite... den zweiten Tierraum aufnehmen. Ich bin da unten. Also der, der das öbt, ne? Wer lebt uns überhaupt noch? Ich? Jojo? Ich war irgendwie grad im Boden. Warte, warte, warte. War grad im Boden. Ja, auch. Judy? Hm? Liegst du noch? Ja, ja. Der Traitor lebt noch, mhm. Ne, Judy ist Detektive. Oh. Ali, bist... Ja. Bist du irgendwo? Ja? Ja, bist du irgendwo? Ja. Okay. Bist du überhaupt schon einen Traitor-Trieb? Wirklich? Ja, ich kann dich auch gerne wieder beschließen. Wo bist denn du? Warte! Da! Ich lagen! Ah, der. Eine Hüßer. Ah! Ich kann ja nicht so schwer! Nein! Wo ist denn Judy? Nein, warum? Ach, oder? Ja. Kleiner Tipp an den Traitor. Wenn er zu mir will, würde ich mir erstmal die anderen vorknüpfen. Da macht einer die ganze Zeit den Traitor-Rom auf und zu. Mhm. Boah, bist du wohl drin, oder was? Nein. Ja, warum dampft denn das Wasser so? Nein! Na fuck? Ja, der ist grad nicht mehr gestorben. Oh, was ist denn das? Der war irgendwo. Der war irgendwo. Okay, der war irgendwo von da. Da! Innen in den Bäumen. Und, Juli, wie geht's dir? Gut. Und mich? Ich bin Elbin-Trash. Ach, es ist noch einer! Oh fuck! Hm! Warte mal! Warte mal! Mach nicht die Tür auf! Warte mal! Ich zünd... Ich zünd... Was? Ach komm! Ihr seid nur armselig! Ach, warte mal! Ähm... Wie hast du... Wie hast du Punkt? Hallo! Ich weiß, wie es geht! Ich weiß, wie es geht! Drück mal C! D! Und scroll ganz runter, unten links! Und... Ganz unten links! Ja, dann gibst du... Da gibst du... Ne Fibrillator! Ne! Du musst die Chihad... Du musst die Chihad suchen! Dann drückst du drauf... Und kaufst du ihn! Dann kaufst du ihn! Nein, nein, nein! Du musst die Chihad! Nein, die Fibrillator! Hast du ihn? Ja! Dann siehst du auch in dein Inventar, wenn du scrollst siehst ihn doch, oder? Äh... Ja! Dann erschießt du mich und tust mich wiederbeleben! Und jetzt wiederbeleben! Und jetzt einfach den... Mit E! Rechts oder links... Klick oder E! Nein, warte, warte, warte! Ah! Ich bin grad irgendwie auf dem Spiel! Mit... Ja... Ui, der war ein Treter! Hehehehe! Dankeschön! Und? Hast du noch... Und dann drückst du jetzt C! Kannst du nur noch C4 kaufen! Das unten... Das ist hier Nummer 7! Unten rechts! C4! Wie oft ist es zu mir runter? Ach, weil es war scheiße! Wir gehen jetzt rein und töten ihn! Okay! Er hat ne Shotgun! Ne, ich hab keine Shotgun! Du bist auch nicht am... Ja, was lauerst du? Ich hab keine Shotgun! Nein! Hallo! Falsch! Nein! Nein! Ich hab keine Shotgun! Okay! Und? Oh fuck! Ich hab... Oh Gott! Ich muss hoch! Ich bekomm den Mech! Alter, ich auch! Uff! Ich töte ihn jetzt! Keine Zeit! Ah! Ja, es kam noch AP! Ich hab ihn gleich scheiße! Ich hab keine Money mehr! Oh fuck! Ich hab nichts! Hä? No! Wie habt ihr dich getötet? Mann! Ja, aber ich bin schon schlecht! Ich weiß! Ich bin schon schlecht! Ich bin schon schlecht! Oh man, ich bin schon fast getötet! Ah, shit! Du musst noch ein bisschen das mit dem Traitor-Shop lernen! Du hättest jetzt die 4 kaufen können, um... Okay, das ist ja bisschen logisch gewesen! Ja, ich hab... Ich hätte auch noch... Also denk dann mit C! Und dann kannst du dir Sachen kaufen! Das ist immer wichtig! Ich will ja nichts sagen, aber ich wäre lieb auch noch! Deswegen wäre es so unnötig gewesen! Wo lebst du denn bitte? Ja, ich bin in dieser Traitor-Falle! Hm? Also ich hab 3! Ah, dann stirbt man nicht! Die hab ich aktiviert! Ich dachte, da stirbt man! Ich hab aber direkt eine Waffe! Wo hab ich jetzt die Waffe? Bleib mich da rein! Weißt du, was ich geh jetzt? Ob ich Traitor bin oder nicht? Ich geh jetzt in Traitor-Schlaum! Ich geh jetzt in Traitor-Schlaum! Ja! Nein, ich brauch doch mal! Hey! 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 Ich steck fest! Ich bin schon wieder und Detektiv! Denks ist gesch... Denks hat jemand erschossen! Janik, Janik hat jemand erschossen! Nein! Die Gertrick lebt! Nein! Ah! Die Giga-Typ lügt voll! Das ist voll unfair! Jaja! Da hinten liegt bloß ne Leiche... Bitte 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 bitte! Da hinten liegt bloß ne Leiche, wurde mit einem Schuss getötet und du bist von da gekommen mit einem Shotgun! Ja! Ach man! Ey, das lässt sich alles nicht vergessen! Äh... Welcher Map jetzt? Äh... Fast Food! Fast Food! Fett werben! Ey, ich krieg heute noch Fast Food! Irgendjemand scheißt wieder rein und geht in den McDonalds! Jodi, jetzt schauen wir mal... Was ist Jodi? Jodi? Oder Rooftops! Ne! Lass nur Leber!